Zum Beispiel Elsass-Lothringen in Frankreich, zum Beispiel Dänemark, Belgien, Holland, Luxemburg, Österreich, Schweiz nicht zu vergessen. Ihnen allen herzliche Grüße aus Berlin. Vielleicht kommen Sie mal her, Berlin ist immer noch eine Reise wert. Weiter, meine Damen und Herren, mit der Startnummer 7. Wie gesagt, aus Norwegen stammt sie, Ellen heißt sie, und besingt das, was wir eigentlich alle so gerne hundertprozentig hätten, nämlich die Sommerzeit, Reichen, Marc, Sommerzeit und Ellen. Die Welt ist die schönste Zeit, die Welt ist bunt und voller Seligkeit, am blauen Himmel strahlt die Sonne hell und fein. Kinder spielen froh am weißen Strand, Pärchen gehen zärtlich Hand in Hand, und ein Haft von Volsi liegt auf dem Land. Segelboote gleiten übers Meer, Möbelkreise lachlos links und her, Schwalbe in der Höhe sieht keiner gemäht. Die Sonne spiegelt sich im roten Bein, niemand ist mein Träumer, ganz erlaubt. Könnt es noch das ganze Jahr nun Sommer sein. Und Sommer sein. Sommer ist die schönste Zeit, das Herz schlägt, selbst noch völlig frei. Du liegst am Schrank und hörst das Meer, der Winter scheint schon lange her. Die Abendsonne fährt den Himmel weit, am Horizont ein kleines Fischelbatt, die Palme rauschen leise in der Lange. Die Rücken tanzen dann im Abendlicht, der Tag verliebt ganz langsam sein Gesicht, die Sonne hat die Liebe lang im Tag lang. Aus sieben Meter leichte Sommerwind, die Sorgen fort, bis sie für Stunden singt, Kinder werden nun ganz langsam ins Bett getragen. Am Himmel schimmert noch das letzte Blau, schließt draußen und die Nacht unter, bis uns morgen wieder unsere Sonne lang. Sommer ist die schönste Zeit, Sommerzeit. Das war der Titel mit der Stahl Nummer sieben, das war die Interpretin Ellen zum ersten Mal bei uns in Berlin. Sie stammt, wie gesagt, aus Norwegen. Weiter, meine sehr verehrten Damen und Herren, mit einem kleinen Programmhinweis.